Und Name spielt. Also ich bin ja Full Metal Chase. Toll. Ich bin Deoda. Also ich finde den Alistoskin geil. Ja, ich finde ihn auch echt nice. Welcher Alistos? Den Muku Alistos und den Oktoberfest Kragas. Ich finde beide richtig passend irgendwie zu uns Deutsch. Ich feiere den Alistos. Ich liebe den. Der hat den selben Skin wie ich. Okay, jetzt frag mich den jetzt nicht kaputt, weil der mein Main spielt. Kevin, guckst du eigentlich immer noch, was die so sind auf den Lades? Also Rang mäßig. Kann ich auch mal gucken. Gucken wir mal an. Yasuo ist für Silber 5. Seraph ist Gold. 3? Ne, Last Season Gold. Einfach nur. Alles da ist Silber 2. Oha. Ja. Der Yasuo spielt seinen dritten Main. Der Warwick ist Warwick Main. Und die Vayne hat 300k auf Vayne. Ja, alles klar. Also machen wir sie fertig. Ja, auf jeden Fall. Und alle außer die Vayne sind Pre-Made. Ja, machen wir sie fertig, Marvin. Ich hab das dumme Gefühl damit. Moment, wo wir auf die Vayne gehen, der Alistos soll einfach dann auf mich gehen wird. Ja. Das ist nicht nur ein Gefühl. Das ist die Tatsache, dass das passieren wird. Ich hab eher so was gefühlt, dass du grad ein bisschen rumhäusst. Ja, das ist halt irgendwie normal. Ja, ich weiß, aber ich bin meistens, das ist nicht irgendwie... Ich mein, Marvin, wenn er nicht auf dich gehen würde, während Alex auf die ist, würde er sein Job verfehlen. Ne, der könnte auch einfach nur auf Alex gehen und den Druck werfen und den weglaufen. Nicht nur das, ich würde im Jungle Cancer bekommen durch sein Alistos. Das hab ich wirklich, wenn jemand irgendwie frühere Mains zu mir zockt und die verkackt, da krieg ich immer Cancer von. Weil halt einfach keinstubide Kack-Champions sind, die ich aber zu Mains. Nicht deswegen hab ich keinen Meme, da kann ich das nicht rausgehen. Ich brauche ja keine Hilfe im Jungle. Nein! All in! All in! All in! All in! Äh, du kannst auf deine Länge gehen. Ich bin einfach. Ja, hab ich. Fass eben. Bass! Erster! Fick dich! Du weißt aber, dass Ivan genervt wurde, jetzt im Patch. Äh, ich geb'n Fick drauf! Ich hab einfach Bock auf den pädophilen Butchcamper. Ich weiß noch immer nicht was der kann eigentlich. Ich hab mich nie wieder beschäftigt. Das ist das Spiel. Man kann den eigentlich als zweiter Look sehen. Sobald der DQ trifft, alle drauf. Weißt du, Level 1-Trade hier gewonnen. Beide schießen gleichzeitig und... Und du als Flash raus. Ja. Nein. Jetzt hab ich noch nicht aufgepasst. War die Season 3 oder so, wo Alistair Jungle gespielt wurde. Oder war das schon 4? Das geht's sogar noch mit Alistair Jungle. Im Grunde hast du gebessert, weil jetzt hat er wenigstens Stunt. Wie man spielt das? Finde. Wie er sagt, ich wollte doch auf Level 3. Also ich hab richtig geskillt, auch für 1. Ich bin's aber. Ne, ich nicht. Wir müssen aber vorgehen, wenn wir zwei haben. Also ich bin ganz theoretisch schon fertig mit Alistair Jungle. Was soll ich erst sehen? Ja gut. Ja, das Problem ist für jeden, das fascht halt immer so extrem rein. In den dummen Oka-Tex. Ich bin zwei. Boah, du bist ja angst, hat gleich fallen. Ah, genau jetzt ist der andere Lächte besser. So, wo ist er? So, wo ist er jetzt so schlecht? So. Na ja, haben wir vielleicht doch einen Tick zu nah am Paul, der ist ja echt nicht hingetraut. Ich glaube nicht. Ach, auf der Mittleren sind's ja zu wenig, wie der Busch ist. Ich lass den hier, den Busch da. Ich hab nen Busch. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Also in der Mittleren können wir den locker killen. Ja. 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 Ich hab kein Mana mehr halt. Ja, aber dann ist die Q-Sache. Wir müssen eigentlich beide rauskennen. Ich hab einfach meint, der hätte hier ein Gerücht geworden. Ich weiß. Er würde nicht einfach weggehen, sonst. Oh, nein. Das war's. Nein! Ich bin auf Mission. Oh, Gott. Dumm. Oh, Mann. Ich will gleich sagen. Let's go. Drei Prozent haben schon. Wow. Ja. 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 Nein, 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 nein. Ich kann nicht nur noch die Schwiegange nach 06 Was ist das Problem? Nein Nice Die Wagen ist gut Habt ihr alles da bis jetzt schon in den Gage gemacht? Nein, nein, nein. Aber wir drücken halt auch nach hinten rein, deswegen. Aber wo wir stehen. Wir müssen so offensichtlich spielen gegen den Ring. Geht nicht anders. Ja, bloß, dass die uns abzieht und zwar kennt. Macht nicht nach normal weh. Ja, das scheiße Ding hat ich fast schon wieder tot habe. Bei mir ist bestimmt wieder der Renga. Ne, da ist der Yasuo einfach. Der Yasuo kam eben tatsächlich von mir. Oh, ne. Ich hab grad gedacht, ich hätte den Dings gekillt mit meinem Schuss. Weil genau in dem Moment Dings kam. Ist eigentlich schon hier drin, oder? Schade. Deutlich besser als die nächste Weh. Ja. Backe, du brauchst mehr Bescheid. Hier ist der Warwag. Ah, der ist nicht komplett reingerannt. Schade. Ich hätte es lustig gefunden, wenn er komplett vital ist und bin nicht komplett reingerannt. Hm. Doch, genau. Jetzt hat es doch was auch. Ja, genau. Jetzt hat es doch was auch. Ja, das ist doch was auch. Ja. Ja. Da war es nicht. Hätte es die Supporter, wär es jetzt tot. Bei mir ist auch SS Hier ist ein Warwick Nein, lauf weg, weil meine Xerad kommt jetzt auch zu dir Ja Alter, das klingt ja bald dreckig Da kommt das Xerad-Ulti Ja Fort mal live, der live-Steven-Avixer Oh Gott Mit IRQ war ja schon wieder Half-Life Nice Oh nee, tot Aber du kriegst den Nee, gehst du nicht Na, das war's auf Spot Das war's schon, dann Marvin Das war's schon Komm, was auf Bitterwein Ja, mein Fehler war halt direkt da am Anfang, wo ich reingeflasht bin Wegen Killflash Oder einfach da nicht geflasht, weil ich das letzte ist noch nicht Und bei Drake Ja Das Ding ist, ich kann da nichts gegen machen Egal ob die da machen oder nicht Ich habe's nicht geflasht, da geht gar nichts Ich habe zu viel lang 1-8 Ehhh, hier ist ein Blue-Waff Wenn jemand möchte So Kevin möchte Ja, ich würde mir gerne snacken Das ist halt das geile an Ivan Sind wahrscheinlich zurück. Warwick bitte. Hier ist auch ein Rapper für die Botlay. Ne nehm du. Iron kann zwei haben. Ein von den Kreis reinlaufen muss. Achtung Xerath und so kommen Top und Warwick. Ah ne Quid Xerath ist doch wieder da. Der Wollte hat ja gerade. Vielleicht hilft's. Oder Wolle hat gleich einen. Ein Erdlich. Der steht 3 Wolle. Der steht 2 Wolle. Er ist schon noch. Ja. Ich meine wir wollen Harrod machen. Vergiss dich. Also Botlay ist Botlay. Also ich bin auch schon im Back. Ja. Hier haben wir einen Jungle. Wieso. Noch der Warwick da. Warwick ist immer noch nicht gleich. Entschuldigung. Ah ok. Oh mein Tor. Versuch den zweiten. Ich glaube wie ich kann. Hehehehe. Nice. Wer ist von der Spitz? Das ist. Doch. Und mit der Spitz? Der Module. Gibt's doch nicht. Was soll ich machen? Die Kalko echt zu Tode. Whoa! Daisy! EZ EZ Letzten Kill ohnehin Schade Fuck ok mit Tau ist wahrscheinlich gleich down Achtung Morby kommt hier entgegen Und? Der kann mich nicht schweigen wenn wir einen Stasi aktiv haben Also der hat voll den Weg Naja der Xera kommt auch Und Tau ist weg gleich weg Ok Das war's mit Daisy Ja die müssen wir zu pushen wollen Das ist ekelhaft Wir behalten den Tau nur damit sie uns abformen können So Passieren fangen wir Jo SS bei mir Ja Wir haben die Pflanzen aktiviert Wart Hier steht in der Folge Genschen Das ist super Das ist super Gut dass alle die Krills auf der Borderlands sind Häh 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 Achtung! Ach da brauchen wir auch noch wieder 5. Naps. Warwick und Seraphs sind auch in Ruhe. Ich bin so da mit die... Ich bin da nicht so rein mit denen drin. Ich bin da nicht so rein mit denen drin. Wuuuuh, kannst du das stun? Oh, ist das? 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 Natürlich verfehle ich jeden. Ich bin auch ein Beagle-Spot. Ja. Wollt ihr da rein, oder? Wenn du sterben bist. Natürlich nicht. Warum kriege ich die Kills? Wir können da auch machen, was wir wollen, oder? Mhm. Wir brauchen die Tower noch. Okay. Vor allem, ich hab gerade mal einen Sheeran. Ja. Puh. Was blöde jedenfalls ist, ich bekomme die ganzen Kills. Das ist unabsichtlich. Wir könnten einfach durchrennen, und wir könnten nicht mal was dagegen machen. Ich geh jetzt zu meinem Rap-Buff, falls der nämlich gemacht ist. Nein, aber Claude Drake ist gemacht. Ja, Drake hat sich schon da aufgemacht. Ist nicht gedacht, dass man auf dem Weg liegt. Nein, aber Claude Drake ist gemacht. Der ist ganz wichtiger Grund, warum die Tower bei uns in der Base noch steht. Mein Xero, da gab es 51 Farms. Ja, ich krieg trotzdem alle. Mein Alistar hat 5 Kills. Wohhhhh. Woh, f**k. Wissen die auch schon? Weiss ich nicht, ist mir auch egal. Wissen die auch schon. F**k. Ich wollte eigentlich gar nicht fighten. Ich hatte nur das falsche Ding ausgerüstet. Nein. Apropos Hansi, Malfita haben sie gebufft im letzten Patch. Der hat jetzt mit seinem E-Fähigkeit anstatt 0,2 Fähigkeitsstärke, 0,6 Fähigkeitsstärke. Ja, die wollen halt Dorish Master of AP haben. Jetzt kill ihn. Sorry aber. Wenn der zurückkommt, bin ich tot, Alex. Schön. Achtung Xero kommt runter. Oh ne. Ne, er kommt nicht runter. Naja. 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 Die zwei Wolken sind zu viel. Naja. Aber alles Wolken. Ich geh weg. Rotes Tod. Achtung, komm zu dir. Hm. Schaffst halt immer noch zu wie kein Pucket. So, der Dampf ist da. Der Dampf ist da. Ja. Der Dampf ist da. Oh ne. Die Dampf ist da wie. Ja. Ach man. So kommt jetzt das Scheiß. Der Dampf ist da ja. Mhm. Ja. 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 Da ist auch eine da ja. 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 Phantom-Tanzer. Gehst du da rein? Ja. 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 Ordnent. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles weg. Und jetzt passt's. override. Noino ? Ich muss weg, ich muss weg. Gehst du mit drauf? Ja, ich komm halt mit dem Dash. Achtung, da kommen halt Warwick und Yasuo auch. Ja, ich werde drauf. So bitter, dass die gerade weggekommen sind alle. Ich hab meine Ulti direkt am Anfang gesetzt, vielleicht wenn ich da war. Achtung von der Seite, hier ist Yasuo drin. Ich dachte mein Job ist jetzt so, wo ich kämpfe. Ja, ich weiß. Das ist doch nicht so, was ich? Das war's für heute. Da ist ein Wettbewerb, wir sehen, wir haben noch Schuhe Bitte schädlich Geh nicht, ich bin jetzt halt in den Hintergrund Drake, 15 Ja Ich habe euch gesehen Alice, der kommt von der Seite Chao Er stellt sich auf die Karte Genau Oh ja Da sind wir in der Karte Ja Boom! Let's trick! Jo! Kann jemand tanken? Ja ich kann Oder bei Island 10 Hotline, Hotline Das war jetzt Das war jetzt Das war echt jetzt schön Oh, wobei Ich glaube es ist ein zu langsamer Ja ich hab Ja, ich bin bei Back Mal gucken ob ich den Turm noch halte Juhuhu Oh, okay gegen 3, nein Hä, die sind weg Ich geh noch auf die Toplane Will Barron Naja, den Jungle ist weg Dose würden die sich nicht an Barron trauen Weil die haben gewartet auf jeden Fall Ich glaube die waren gerade beim Tray Alter Geht weiter Dopp 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 Pottlain fällt halt. Ja und nicht halt. Weil er zu fixen scheint. Ja, sonst ist die Pottlain jetzt. Pader, halt nicht auf mich. Tja. Ja. G. G. Das ist ein GG. Ja. Was ist denn der hier? Das überlebt alles. Ja. WTF? Na, Harry war voll auf Wayne drauf. Ja, aber es hat wenig gefällt. Ja, es hat wenig gefällt. Weil es kein Damage da war. War nächstes auch drauf. Nee, ich hatte meine Ulti drauf gesetzt. Also, Wayne war mindestens sechs Sekunden außerhalb der Fight. Mhm. Aber es hat nichts gebracht. Ich hab erstmal meinen Schuss versemmelt und dann bin ich auf den Yasuo mitgegangen, wo Marvin gesagt hat, Yasuo ist bei ihm. Ja, ja. Aber dass der das überlebt hat, das war echt krass. Ja, das war nicht so zu groß. Ja. Ja. Wir haben jetzt verloren zwei Tauere, ne? Voll geil. Voll geil. So, ich hab auch geil eingetaucht, sehe ich gerade. Das war glaube ich nur ein... Ne, zwei Tauere. Ne, ein Tauere war es. Ich bin hierhin noch auf den Jungen. Ja, ich bin hier im Jungen. Ich bin mehr Feuer. Ich bin aber auf die Luft. Ich weiß nicht. Ich bin hier, aber immer noch zu Hause. Ich bin hier draußen, als ich das nicht zurückfand. Ich bin hier und hab lieber bei mir drin. Ja, ok. Warum kann ich im Kopf gar nicht... Achtung mal Alex. Ja klar. Achtung, komm mal. Yasuo kommt auch zu euch runter. Also ihr solltet weg. Oh. Ok, hier sind's. Yes. Und soll er nicht kämpfen? Ich kann. Den fackst du so leicht. Ich bin der einzige der auf die Vayne geht, oder wie? Die Vayne hat mich doch fast gekillt. Auf die gerade geht jeder auf den Ort. Auf den nächsten. Easy. Cool, jetzt kriegst du den. Ah fuck, das war kacke. Oh, das war kacke. Ich hätte den kriegen sollen. Daisy, du hast... Du schaffst das. Der Support ist richtig, richtig. Ja. Er hat auch... Bisschen mit ihm. Ich geh mal. Ich geh auch durch. Mein größtes Problem ist halt, mit Chase bin ich echt nicht so der Teamkämpfer. Ja. Ah, Koki gegen Alistair kann ich ja auch vergessen. Nicht weil der ist grad echt komplett useless irgendwie in dem Fight. Ja. Oh. Oh scheiße, die kommen runter, die kommen runter, die kommen runter. Da kommen sie auch schon. Ich bin safe in meinem Busch. Oh lai. Die Bisschen hier vorm Pfeil. What? Drake vielleicht? Die machen den gerade, ja? Boom, ich hab'n Drake. Hehehehe. Ja, wie steht halt gar nicht alleine, cool. Ja. 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 Boah, ist die Wayne gegen Klinko doch nicht. Nice. Hm. Langsame Comeback würde ich sein. Hahaha. Ah, warte. Habt ihr meinen Drake-Steal gesehen? Hehehehe. Nö, ich stand schon drin. Der Bisschen ist Alex da so drin. Ich dachte, wie komm' ich da jetzt rein? Komm, lass mal pushen. Komm, zwei Paul Kicken. Ich hab mir da ganz kurz gedacht, das war auch ne ziemlich doofe Idee. Wirst du mal Pushrun spielen, oder? Tankrunken. Eigentlich ist es mir mit den letzten Items überlassen, was ich nehme. Weil Squidpurs spielen muss ich halt jetzt AP bauen und Tankrunken. Gebeg, gebeg, gebeg. Gebeg, gebeg, gebeg. Ja, die sind alle noch da. Brauchen wir einen zweiten Tank oder eher mehr AP-Damage? Ja, mehr AP, oder? Okay. Wir haben eigentlich drei Tanks, so bis hier. Aber zwei Tanks haben wir schon, weil wir, glaub' ich. Okay, dann geh ich, okay. Mit meinen letzten Items. Dann ist Daisy auch streng stärker. Oh fuck, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen zu mir, oder was? Nee, zu mir. Die kommen zu dem Tower. Die kommen zu dem Tower. Kann sogar, die Ambushen. Ein bisschen zu den Park? Wain ist in der Ballsform. Wain ist in der Ballsform. Lef kommt es nicht in der Ballsform. Wain ist in der Ballsform. von der Seite. Hat hier jemand ein Red-Ding getrinket? Ich geh mal kurz in den Kopf wieder. Da ist noch ne Gruber für dich. Achtung, die sind da alle, die sind da alle. Ja, die sind alle im Brot. Wollt gerade mal ein Red Buff holen, sonst ist der schon mit. Wasch kurz auf, bin ich da. Naja, die sind alle da drüben. Also nicht fighten, nicht fighten. Und tschüss. Ja, oh lord. Renn mal, wir rennen mal. Na, ich bin tot. Das war blöd, dass wir jetzt da drüben gestanden sind. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Es war halt kacke, dass der Alistar da Vision auf dem Shuttle komplett. Wir hätten einfach von Anfang an schon wegbleiben müssen, das war das. Ja. Hast du gesagt, der Alistar ist nicht da? Ja. Gut, auf einmal war der Alistar drin und der Yasuo auch. Da konnt ich halt nicht. Der ist ja klar, die flashen halt einfach und sowas. Ist ja logisch. Deswegen gar nicht erst hingehen. Der Alistar kann über die Wand headbutten oder flashen. Ja, ich hab den Balls. Ich hab kein Balls und ich hab den Balls geklappt. Das ist doof. Hör den Ball. Und nicht mehr. Ich hab den Balls im Ball. Ja. Ich hab den Balls. Ja. Ja, das ist doof. Ich hab den Balls. Ich bin nicht mehr da Verkappt Können wir ihn kurz holen? Da haben wir ihn kurz holen Da haben wir ihn kurz holen Äh, kann man da? Ne, kann man nicht, der Jongler ist nicht Da und da und Die haben keinen Worts hier Ja, ich wollte gerade sagen Die haben keinen Worts hier Ey, jetzt kommt er ein Jetzt haben sie einen, ja Das ist blöd Ich würd sagen, lass uns das einfach weggehen hier Ein Files jetzt zu produzieren ist kacke Bot pusht halt wieder rein Ja, weil der ist super lang Ja, das ist halt eine Waffe zu vermeiden Ich kläre den, äh Putjobot, wenn ich kann Verkiss das Ne, lauf weg, der Headbutton ist drüber Nein, 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 ich hab dir alles da gesehen Nope Lass, lass mich das, äh, fortmachen Ich hab in 20 Sekunden Gut Dann schau die da oben, oder? Ja, aber ich mein, Files Achso, Files, also Naja Ja Der geht probieren Das ist halt das, was die jetzt die machen Das ist, das ist kacke Wir machen den demnächst Ja, ich würd sagen, wir Machen einen Files und entweder der Files oder der Files Weil die Vayne jetzt immer stärker Was hat hier auf der Files? Raus, raus Ja Die machen, die machen Die machen Die machen Achtung, da kommt der Vayne, da kommt der Vayne Die Vayne ist tot Ja, ich hab Die Hälfte, raus und dann habt ihr es Jawohl Jawohl Ja, Mann Ja, mach den, du's dann jetzt, keine Files Ja, ihr soll's hanken jetzt Ja, oder wir finischen einfach Jawohl, ne, wir haben keinen Minimum Nein, 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 den kapp ich mach bot Ja, wobei, ich brauch halt 30 Sekunden Aber mach dir den, Trey Danach, Trey Wenn Hansi also mit sein Ulti ankommt, ist halt der da feucht gelaufen Ja, ich versuche, aber die sind gleich wieder da Fünf, vier und dann bin ich halt tot Ne, dann mach den, Trey Mach in Ich krieg den in den Himm nicht, Alex Wenn ich da jetzt hingehe, ist das halt Mod Ich bin tot Ich bin jetzt wieder am Leben Ah Das ist doof, natürlich Sonst wär's kein Thema gewesen Ich komm hoch, ja Ja, ich kann nur stormen Vielleicht Ja Direkt danach weg Ja Oh, da kommt sie Komm schon weg Hansi Easy Scheiße Kommt irgendwie raus Ich versuch's Ne, ich komm noch nicht mehr raus Dafür hab ich schon weg, ist die Ne, aber warte, können die jetzt locker finishen, oder? Ja Nee Quatsch Ne, aber warte, können die jetzt locker finishen, oder? Quatsch Ja, so geht halt Irgendwie immer auf mich Ne, ist ja logisch Ist ja logisch Ich sag jetzt, wie ich entspannt da draus Die kommen alle hier her Ja Die kommen alle hier her Ja Ja Gehen die Funken, wir stehen da Ja, aber lass mich jetzt auf keinen Fight ein Ja Aber lass mich jetzt auf keinen Fight ein Ja 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 Das ist ziemlich low, aber die Minions pushen halt durch, wenn wir jetzt fighten Ja 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 Ich bin unten Schuss kurz die Wave ein bisschen hoch Ich sag's nur Ich will schon kommen, dass wieder ein geiler Fall ist. Oh, wir haben jetzt ein 2. Midlane. Ah ja, bis dahin wir Barrel haben müssen, sollten wir schon aufbanken. Flash weg. Warwick. Ich könnte mir was kaufen, krieg ich mein Best. Ja, auch kurz hinten. Eine Daisy-Rank, noch eine Daisy-Bower. Ja, Barrel ist gleich weg. Die kommen hierher. Können auch einfach in Mitte versuchen rein zu pushen. Die versuchen auf unsere Bot zu pushen wahrscheinlich. Achtung, die sind hier bei uns im Jungle. Pass auf. Wir sind gesplittet. Ja, so ist da. Lauft raus. Lauft sich safe raus, als es geht. Ja. Das ist ja so ein Element. Die Daisy fallen. Einfach nur, lass mich einfach ein bisschen poken. Ach ja. Naja, aber du weißt schon, damit die... So 13 Sekunden stays wieder raus. Der Xera ist schon gut da. Der Indien sollte auf keinen Fall fallen. Ja. Ja. Du weißt noch nichts. Du weißt noch nicht mehr. Du weißt doch nicht mehr. Kannst du es noch nicht mehr suchen? Wir wollen. Bis zumźbüro. Kannst du rein. Und zu weihn? Ich kann nicht mehr die Grenzen von unsum. Nein, du weißt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der Yasuo war halt der wieder auf mir drauf, wo er eigentlich zu tun gehört. Ja, deswegen wenn der Yasuo auf die drauf ist, geh ich halt immer direkt drauf, um ihn zu killen. Ja, ich krieg den in 3 Hits down. So, ich guck, dass ich mit dir jetzt runter habe. Trevor, Mainz, GG. Ja, Mann!